Hallo und willkommen zu einem weiteren Battle-Check. Heute geht es um die Welt-Quests. Diese wurden ja schon mit Legion in WoW eingeflügt und sie werden natürlich auch im Battle for Azeroth weitergeführt, denn das Feature kam eigentlich relativ gut bei den Spielern an, wie die Entwickler sagten, und ich kann dazu sagen, ja, die Welt-Quests sind auf jeden Fall ganz gut. So, ich bin hier jetzt wieder einmal, ihr kennt das schon, auf dem Schiff der Horde in Suldazar, Allianz, da gehen auf das Schiff der Allianz Emporalis, hier steht Antanos, auf Seiten der Allianz steht dort Halford Wirmbann, und wenn man Level 120 erreicht hat, was ich jetzt endlich mal bin mit diesem Charakter, dann sieht man hier schon unter dem Kriegskampagnen-Abschnitt im Questlog, setzt die Kampagne fort, indem ihr die Quest die Vereinigung von Sandalar in Suldazar akzeptiert. Diese kriegt man, wenn man Level 120 erreicht hat, also Max-Level in Battle for Azeroth, dann kann man das Natanos ansprechen und die Vereinigung von Sandalar annehmen. So, und das ist nämlich die Quest, womit man die Welt-Quests auf Level 120 dann freischaltet. Dafür muss man, wie schon auf den verhärten Inseln, einfach mit den Fraktionen mindestens freundlichen Ruf erreichen. Das Schöne ist, es gibt nur drei Fraktionen, jeweils auf dem Kontinent. Im Falle von Sandalar ist das Talanges Expedition, das Sandalari-Imperium und die Voldunai. Und im Falle der Allianz wären das die Admiralität Prachtmeer, Kronstein, nein, Sturmabwachen und der Glutorden, genau, so war's. Und genau, können wir jetzt mal annehmen. Ich hab Gott sei Dank schon alles auf Freundlich, kann's also direkt abgeben. Und dann kriegt man hier eben die Welt-Quests für Sandalar und Kultiras, das ist hier schon mal der wichtige Punkt. Und man bekommt wieder mal eine Pfeife des Flugmeisters. Wenn ihr diese Pfeife des Flugmeisters schon aus Leechen habt, dann ist das einfach die gleiche. Ihr bekommt also noch eine, ihr könnt eure alte wegschmeißen oder die einfach wegschmeißen. Oder vielleicht bekommt man die hier auch gar nicht, wenn man schon eine hat, ich bin mir nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall die gleiche. So, tadaa, fertig. Und nun kann man Welt-Quests machen. Und nun stehe ich jetzt mal mitten im Dschungel, um euch zu zeigen, wie das mit den Welt-Quests in Battle for Adolf ist. Generell läuft fast alles gleich ab, aber es gibt ein paar feine Änderungen. So, erstmal hier die Map geöffnet und man sieht schon hier überall die Ausrufezeichen und Pfötchen und was weiß ich alles, was zu den Welt-Quests gehört. So wie man es kannte. Und links hat man jetzt auch wieder die Abgesandten-Quests. Und genau hier ändert sich auch schon direkt etwas. Weiterhin hat man drei Stück. Man muss wieder vier Quests abschließen, um die Abgesandten-Quests zu erhalten. Wodurch man dann die Belohnung bekommt und alle paar Tage wechseln sich die Abgesandten, damit man auch immer wieder was Neues zu tun hat. Das Neue hier ist jetzt eben, wenn ich hier drüber havere, dann sehe ich direkt, welche Belohnungen es gibt. Hier in dem Falle zum Beispiel ein Brustteil auf Item Level 295+. Oder hier bekomme ich Artefaktmacht durch ein Azerid-Kristall oder was auch immer das sein soll. Und das letzte habe ich schon abgeschlossen. Also es ist jetzt keine Überraschung mehr, was man aus der Truhe zieht, sondern man kann sich direkt entscheiden, oh, ich bekomme hier zum Beispiel ein Ausrüstungsstück, was ganz nützlich ist, dann mache ich das doch. Denn das brauche ich. Und wenn man da irgendwas bekommt, was man gar nicht braucht, dann kann man es ja zum Beispiel sein lassen. Aber man bekommt jetzt zum Beispiel für den Abschluss von Abgesandten-Quests auch weiterhin 1500 Ruf. Also lohnt es sich wahrscheinlich vor allem am Anfang, diese Quest zu machen. Ob es später wieder diese abgesandten Truhen gibt, wenn man schon ehrfürchtig einmal war und wieder den Ruf gesammelt hat, das steht im Moment noch nicht fest. Aber da die Entwickler schon mal erwähnt haben, dass sie das System gut fanden, allerdings den Zufallsfaktor für die guten Belohnungen ein bisschen reduzieren wollen, wird man davon wohl ausgehen können, dass da wirklich wieder was kommt. Also gut. So, dann haben wir das schon geklärt. Und jetzt können wir hier einmal schauen, was es denn so überhaupt für Weltquests gibt. Generell wieder die ganz normalen, wo man irgendwelche Sachen einsammeln muss, irgendwelche Leute töten oder irgendwen ansprechen oder was auch immer. Aber es gibt auch so ein paar lustige, wie wir es später sehen werden. Dann gibt es natürlich auch hier wieder Quests, wo man Elite-Mobs für töten muss oder eben Rare-Mobs. Hier diese Tier-Kavan, das sind zum Beispiel zwei sehr starke Elite-Mobs. Da war ich vorhin schon einmal. Die kann man auf jeden Fall nur in der Gruppe töten, zumindest am Anfang von Battle for Azeroth. Und hier sind auch wieder Pet-Battle-Quests. Hier bekommt man jetzt nur Order-Resources für, was zumindest noch falsch ist. Denn Order-Resources sind für Legion. Es gibt andere Ressourcen für Battle for Azeroth. Also keine Sorge, hier sind sie nämlich. Diese Kriegsressourcen, die bekommt man dann eigentlich in Battle for Azeroth. Aber auf jeden Fall gibt es auch hier diese Haustierkampf-Quests. Es gibt auch Berufe-Quests. Das haben wir hier, glaube ich. Hier bekommt man zum Beispiel ein Rezept als Archimist für die Sea-Mist-Potion auf Rang 3. Wer sich jetzt übrigens wundert, nein, wieder Welt-Quests versuchen zu machen für Rezepte und so weiter. Keine Sorge, das sieht schlimmer aus, als es ist. Denn so viele Rezepte gibt es gar nicht über Welt-Quests. Das meiste wird man generell einfach freischalten. So, was gibt es für Belohnungen? Hier natürlich Items. Diese starten übrigens auf Item-Level 290+. Wenn man Frisch-Level 120 erreicht hat, das skaliert dann wieder mit dem eigenen Item-Level. Aber wenn man ein geringes Item-Level hat, dann startet es auf jeden Fall mit 290. Ich habe jetzt schon ein paar mehr Item-Level, deswegen habe ich hier jetzt schon 295. So wie man es eben halt auch aus Legion kannte. Und das Ganze kann eben halt auch Kriegs- und Titanen geschmiedet werden. Hier ist auch ein Item. Hier auch. Hier auch. Dann gibt es hier zum Beispiel natürlich Artefakt-Macht auch. Durch diese Azerid-Kristalle. Das meiste, was man bekommt, ist eben hier dieses 250-Artefakt-Macht. Und später kriegt man dann eben halt hier, wie zum Beispiel hier, 676-Artefakt-Macht durch diesen epischen Kristall. Dann gibt es natürlich hier Order-Resources. Das ist ja wie gesagt falsch. Da gibt es eigentlich Kriegs-Resourcen für. Dann gibt es einfach nur Gold zum Beispiel. Was haben wir hier in Voldun? Hier ist überall das Gleiche. Nichts Interessantes. Hier ist ein Schmuckstück. Auch ganz nett. Aber sehr viel Artefakt-Macht. Hier auch nur Gold. Gut, dann gehen wir mal auf Kultiras. Und da sehen wir dann nämlich auch direkt das, was vielleicht viele noch gar nicht wussten. Ich bin ja jetzt ein Hortler, wie man hier sieht. Ein Troll. Und ich bekomme aber trotzdem auf dem Allianz-Kontinent, also auf Kultiras, Welt-Quest. Hier gar nicht mal so wenige, wie man sieht. Hier genauso viele wie auf meinem Kontinent. Also dafür ist er auf jeden Fall gesorgt. Und was gibt es hier für Belohnungen? Ja, da sind 150 Gold schon mal. Aber sonst eigentlich alles das Gleiche. Genau. Also es teilt sich so auf War Resources, also Kriegsressourcen, Gold, Artefakt-Macht und Ausrüstungsteile. Und es gibt auch manchmal... Oh, hier gibt es übrigens 350 Artefakt-Macht, sehe ich gerade. Auch mal eine andere Zahl. Manchmal gibt es zum Beispiel auch für diese Pet-Battle-Welt-Quest die neuen Haustier-Glücksbringer. Da gibt es nämlich neue. Die heißen jetzt glaube ich Shiny. Also blitzernde Haustier-Glücksbringer, wofür man auch neue Sachen kaufen kann, wie zum Beispiel Pets. Ja. Aber ich bekomme hier jetzt eben halt auch Welt-Quest auf dem feindlichen Kontinent. Jetzt kommen wir mal zu den Ruffraktionen. Denn wenn ich hier jetzt mal drauf drücke, auf dieses Horde-War-Effort, was im deutschen Kriegsanstrengung der Horde heißt. So. Dann wechsle ich jetzt erstmal ins Sturm-Sankt-Tal. Und wir sehen hier, die ganzen Welt-Quests, die es hier gibt, die sind alle für diese Kriegsanstrengung der Horde. Und zwar in allen Gebieten von Kultiras. So. Oh. Außer da. Da war einer nicht in Drustwar hier. Das ist scheinbar... Genau. Das ist nämlich nicht für die Kriegsanstrengung der Horde, sondern das ist das für die Champions von Azeroth. Die sind nämlich eine neutrale Fraktion. Die gibt es auf beiden Kontinenten. Genauso wie die tortolanischen Sucher. Die gibt es auch auf beiden Kontinenten. Das sind zwei neutrale Fraktionen. Diese Kriegsanstrengung der Horde, das ist die Kriegsfraktion. Die gibt es auch als Allianz. Die gibt es eben halt dann nur auf dem feindlichen Kontinent. Wie man sieht, die meisten Welt-Quests auf dem feindlichen Kontinent sind tatsächlich für diese Kriegsanstrengung der Horde. Und wenn ich jetzt ein Allianzler wäre, dann hätte ich die meisten Welt-Quests auf Sandalar von den Kriegsanstrengungen der Allianz. Und dann gibt es eben noch drei weitere Fraktionen. In diesem Falle hier zum Beispiel das Sandalari-Imperium. Die meisten Welt-Quests dafür gibt es in Suldazar, wie man hier sieht. Denn hier ist eben die U-Fraktion ansässig. So wie es zum Beispiel in Legion auch mit den ganzen Fraktionen war, die zonenorientiert waren. Dann gibt es im Falle von Sandalar in Nazmir noch Talanges Expeditionen. Und in Voldun noch die Voldunai. Also es gibt drei gebietsspezifische Fraktionen. Dann die Kriegsanstrengung der jeweiligen Fraktionen, die auf dem anderen Kontinent sind. Und dann eben die zwei anderen Fraktionen. Und damit die Allianzler hier auch noch ein paar Infos bekommen. In Drustwar ist es der Glutorden. Im Sturmsanktal ist es Sturmerwachen. Und im Tiragadesund ist es die Admiralität Prachtmäher. Wofür man eben halt Ruf bekommt. Genau. So und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns das Ganze mit den abgesandten Quests einmal an. Und ich gehe ein paar Welt-Quests erledigen. Aber bevor ich das mache, fällt mir noch gerade ein. Ihr seht hier vielleicht im Tooltip dieses Plus 10% War Mode Bonus. Das ist noch eine kleine Neuheit. Denn wenn man den Kriegsmodus für das Open World PvP in Battle for Earth auf aktiviert, dann bekommt man als zusätzliche Belohnung im Endgame einfach immer für die Welt-Quests 10% mehr Artefakt macht oder 10% mehr Gold oder 10% mehr von den Kriegsressourcen hier, War Resources. Das ist ganz praktisch und so eine kleine zusätzliche Belohnung eben halt, wenn man das macht. Hier übrigens diese Shiny Pet Charms, die ich vorhin erwähnt habe für diese Pet Battle Quest. Gut, jetzt mache ich aber mal ein paar Welt-Quests, damit wir hier dieses Sandalari Imperiums Belohnungsding einmal erhalten können. Also hier ist die erste Welt-Quest, damit ihr auch seht, das läuft genauso wie in Legion ab. Man hat hier rechts einfach so einen World-Quest-Abschnitt, da steht dann, was man machen muss. Hier eigentlich direkt mal eine ganz witzige World-Quest, denn man muss hier diesen Brutosaurus eskortieren. Man sieht hier, die Prozentanzeige, die geht immer weiter hoch, je mehr es schafft durchzulaufen und der wird eben die ganze Zeit von diesen, ich glaube die heißen Säbelhauer oder sowas angegriffen. Die muss man dann eben halt besiegen. Das Ding hat gar nicht mal so wenig Leben, hier 470k, also das dauert glaube ich ein bisschen, bis die ihn wirklich getötet haben. Also diese Welt-Quest ist eigentlich relativ einfach zu bestehen und da muss man ihn einfach bis in die Stadt bringen und bekommt diese Welt-Quest-Belohnung dann hier in diesem Falle 250 Azarit, was ich bekomme, plus 10% von dem Kriegsmodus, Bonus. Genau und mehr, gibt es da auch eigentlich nicht viel zu sagen. So, der Brutosaurus läuft weiter, die Welt-Quest ist beendet, er hat die Hauptstadt erreicht und jetzt sehen wir hier auch im Chat, ich habe 275 Artefaktmacht bekommen. Die kriegt man übrigens auch direkt, man muss da nicht erst ein Item einsetzen, sondern die ganzen Artefaktmacht-Items setzen sich quasi automatisch ein, wenn man es bekommt. Außerdem habe ich 75 Ruf bei einem Sanderlari Imperium bekommen, so wie man es auch aus Legion kannte, bekommt man eben für die Welt-Quest immer den Ruf. 75 ist jetzt nicht viel, aber für die Menge an Welt-Quest, die man so macht, ist das natürlich ausreichend. Meistens wird man, wenn man das Quest-Gebiet beendet hat, etwa respektvoll sein, ganz am Anfang und dann muss man eben die komplette respektvolle Rufstufe eben noch hochkommen, um dann erfüchtig zu erreichen. Das macht man natürlich über diese Welt-Quest. Im Falle der Tortolanischen Sucher und der Champions von Azeroth hat man erstmal kaum Ruf, denn da sammelt man eigentlich während der Levelphase nicht so viel Ruf. Und da ich die ganze Zeit von den Tortolanischen Suchern gesprochen habe, hier jetzt mal eine Welt-Quest von denen. Hier steht schon der Sammler Kojo, denn die Welt-Quest von den Tortolanischen Suchern, die sind so ein bisschen wie die von den Kirin Thor in Legion, also mit so Minispielen. Und ich bin hier jetzt mal an den Docks und laufe dahin, wo die Welt-Quest startet. So, und die heißt Shell Game, das ist so ein bisschen wie ein Memory-Spiel. Jetzt sind hier so ganz viele Muscheln, die kann ich umdrehen und dahinter befinden sich dann hier so eine helle und so eine dunkle Kugel. Hier wieder so eine dunkle Kugel. Ey, ein Pärchen. Oh, das war scheinbar eine kleine und eine große dunkle Kugel, alles klar. Dann schauen wir mal... Oh. Was ist denn das jetzt? Ist das ein Tipp? Hm, ist scheinbar noch ein bisschen buggy, wie es aussieht. Sehr merkwürdig. Schauen wir mal. Jetzt klicke ich hier nochmal drauf. Ah, jetzt hat es funktioniert. Okay, offensichtlich ist das Ganze hier noch ein bisschen buggy. Okay, aber okay, jetzt kann ich die Welt-Quest schön abschließen. Ist doch auch ganz praktisch. Die Animation sieht auch ein bisschen komisch aus, dass ich hier so einen Blutspritzer bekomme. Aber okay. So, das hier auch noch umdrehen. Dann haben wir die beiden. Im Live-Betrieb wird das wahrscheinlich nicht so buggy sein. Also hoffentlich nicht. Aber hier ist es ganz praktisch. So. Und dann haben wir das Memory geschafft. So, Welt-Quest abgeschlossen. Und 55 Gold erlangt. Im Moment ist das noch verbuggt. Man bekommt nämlich keinen Ruf bei den tortolanischen Suchern und den Champions von Azeroth. Ich weiß nicht wieso, aber im besten Falle sollte das dann später nicht so sein. Bei den Welt-Quests für die Champions von Azeroth wiederum gibt es auch so eine Besonderheit. Denn immer wenn es dafür Welt-Quests gibt, dann gibt es diesen extra Action-Button. Da kann man nämlich dann das Herz von Azeroth einsetzen für diese Quests. Hier muss man nämlich jetzt zum Beispiel Wunden heilen, die hier durch diese Hexen angerichtet wurden. Die versuchen scheinbar auch Azeroth zu bekommen, um ihre Hexenkunst zu verbessern. So, das ist jetzt besiegt. So, und dann, jetzt achtet mal hier auf meine Hand. Das ist ganz witzig, denn ich halte tatsächlich das Herz von Azeroth in deinen Händen. So, seht ihr hier? Das ist das Herz von Azeroth. Und dann ist die Wunde geheilt. Oh, hier kann ich noch eine Pflanze einsammeln. Und ihr habt vielleicht auch gerade im Chat gesehen, ich habe Artefaktmacht dafür bekommen. Immer wenn man die Welt-Quest für die Champions von Azeroth macht, dann bekommt man generell relativ viel Artefaktmacht. Da man eben halt auch für die verschiedenen Schritte, die man für die Welt-Quest machen muss, Artefaktmacht erhält. Es gibt zum Beispiel auch eine Quest, wo man Azeroth Elementare töten muss und dann das Azeroth aufsaugen. Da hält man dann auch das Herz von Azeroth in den Händen. Und da bekommt man dann auch Artefaktmacht immer wieder, wenn man eben die Kreaturen besiegt und aufsaugt. So, jetzt hier auch nochmal so eine Hexe und dann zeige ich euch nochmal die Animation, für die, die es gerade nicht gesehen haben. So, wie war ganz schick gemacht. Ich glaube, diese Animation wird auch abgespielt, wenn man in den Insel-Expeditionen am Ende fertig ist und das Azeroth einsammelt. So, hier jetzt nochmal. So, und Artefaktmacht eingesammelt, jetzt schnell weg, bevor der Goliath mich da angreift. Genau, so sehen meistens die Quests für die Champions von Azeroth aus. Auch bei diesen beiden Kriegsanstrengungsfraktionen, was übrigens im Falle der Allianz die siebte Legion ist und im Falle der Horde der Ehrenbund oder die Ehrengebundenen. Da gibt es einige spezielle Quests, die halt sehr kriegsspezifisch sind. Hier sind wir jetzt zum Beispiel in Drustwar mit unserem Hordler. Und hier sollen wir ein Lager der Allianz, das von gilnearischen Bewohnern aufgebaut wurde, kaputt machen. Denn da ist es halt so, dass das Lager nahe eines Hordelagers aufgebaut wurde und die Horde möchte natürlich nicht, dass da irgendwie ein Konflikt nachher entsteht. Deswegen sollen wir schon mal direkt ein bisschen aufräumen. Das ist ganz witzig, man muss hier jetzt eben halt die Offiziere und so weiter töten und dann später diese Flagge einnehmen, damit das Lager einem selbst wieder gehört. Also bei den Kriegsanstrengungen geht es dann tatsächlich auch so manchmal um diesen Krieg zwischen Allianz und Horde. Aber die meisten Quests, die man eben halt so findet, sind ganz normale Weltquests, weil die eben einfach Weltquests sind, die von der eigentlichen Fraktion in diesem Gebiet gegeben werden. Da man diese aber als Gegner gar nicht annehmen kann, wird das dann einfach so geregelt. So, jetzt brennt hier noch die Flagge nieder. Fertig. Und das Allianzlager ist quasi ausgelöscht. Aber jetzt sollen wir hier eben noch die anderen Offiziere töten, damit wir die Weltquests abgeben können. Genau, und das sind dann solche Kriegsanstrengungs-Weltquests. Nun habe ich alle vier Weltquests für die Abgesandten-Quests fertig. Zwar nicht für das Allianzlager-Imperium, sondern für die Ehrengebundenen. Da ist ein klein Bug gehabt, aber jetzt bin ich hier bei dem Abgesandten der Ehrengebundenen, Ransa Greyfeather. Und kann hier einfach die Quest abgeben und man sieht hier jetzt auch den Reward, den ich bekomme. Der steht hier ja auch, die 676 Artefakt macht. Also abgeben und bekomme dann auch 1500 Ruf. Bei den Ehrengebundenen, meine Artefakt macht. Und das war es dann auch schon. Wie das dann mit den Kisten später sein wird, mal sehen. Und damit es hier nicht zu hordelassig ist, auch noch ein kleiner Ausschnitt auf Seiten der Allianz. Mit dem letzten, was ich euch zeigen möchte bezüglich der Weltquest. Und zwar begeben wir uns hierzu mal zu der Provisioner Frey. Die verkauft nämlich Sachen, das ist eine Rüstmeisterin. Und bei den Rüstmeistern können die Inschriftenkundler ein besonderes Rezept kaufen, nämlich das Rezept für Verträge. Hier ist jetzt der Rang 2 immer drin, den normalen Rang 1 bekommt man beim Lehrer. Aber egal, ich wollte euch ja auch nur das Ding an sich zeigen. Also diesen Contract, diesen Vertrag. Den gibt es eben für die meisten Ruffraktionen. Und das kann man herstellen und einsetzen. Und wenn man das einsetzt, dann bekommt man nämlich, wenn man Weltquests erledigt, bei jeder Weltquest immer Ruf für die Fraktion, für den der Vertrag gilt. Also hier würde ich jetzt zum Beispiel den Vertrag für die Admiralität Prachtmeer aktivieren. Und dann würde ich einfach für alle Weltquests auf Kultiras und Sanderlar, die ich abschließe, Ruf bei dieser Prachtmeer Admiralität bekommen. Oder Admiralität Prachtmeer oder wie auch immer das jetzt im Deutschen heißt. Ganz praktisch, denn so kann man einfach alle Weltquests machen und sammelt dann einfach nur Ruf bei einer Fraktion, wenn man es da eben halt nötig hat. Später für Twinks wahrscheinlich ganz nützlich. Am Anfang zum Battle for Earth of Relief wahrscheinlich komplett egal, weil die meisten natürlich eh alle Weltquests erledigen werden. Aber da es ja bei den Fraktionshändlern auch wieder Ausrüstung geben wird, die auch gar nicht mal so schlecht ist. Hier zum Beispiel Item Level 355. Da könnte es dann vielleicht sein, dass einige sich denken, okay, bei dieser Ruf-Fraktion möchte ich jetzt zuerst ehrfürchtig werden. Oder natürlich wenigen ganzen Rezepten, die es dort auch gibt. Und deswegen setzt man dann den Vertrag ein, um schneller auf ehrfürchtig zu kommen bei denen. Gut, das war dann aber auch das Letzte, was bezüglich der Weltquest interessant wäre. Also generell läuft es ab wie in Liedschen, aber mit so ein paar kleinen Neuheiten und Besonderheiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!